was für ein Level bist du? ähhhhhhhhh ahja 14 gerade geworden oder schon länger? bist du länger oh mein Gott schon kurz gucken ich weiß nicht wie ich hin 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 ja ich bekomme jetzt Kugeln für getötete Feinde bettel Zwerg bettel Zwerg bettel Zwerg oh naja egal Töte ihn, Beelibro. Oh wow. Die ganzen kleinen Nerven auch ein bisschen mehr. Ein großer Tod. Hatte ich jetzt gerade Beelaram umgeworfen? Nee, ich war schon vorher umgeworfen. So. Juhuuu. Oh, ist einfach verschwunden. Das bin ich. Nicht du, der Gegner. Er war einfach weg. Boah, der hat mich einfach getreten, die Sau. Krass. Ey, wie kann der das denn wagen? Ja, das habe ich mich aber auch gefragt. Seine Antwort war einfach so. Boah. Brüll denn der Zwerg da oben schon wieder rum? Ich bin halt ein Brüllzwerg. Ein Brüllzwerg? Ist das so was wie ein Knallfrosch? Ja, nur schlimmer. Achso. Wir sind lauter. Unten geht's auch noch komischerweise lang. Ja, ist mir halt auch aufgefallen. Also oben und unten geht's noch ein bisschen weiter. Das verwirrt mich ein wenig. Äh, ich habe ja nur ein Geheimnis. Wer hat sich in deinem Netz? In seinem Netz? Ja, aber keine Ahnung. Hauptsache irgendwas sagen. So sind sie die Battlezwerge, ey. Muss sein. Einfach irgendeinen Quark reden. Wieder einen Stapel kommt. Verdammt, ich bin voll. Ich auch. Voll seltsam. Aber richtig seltsam. Ja, vor allem, wenn du da bist. Weil ich vorhin noch verkauft habe. Oh. Ich habe hier einen Stapel mit 109 bis 159 Schaden. Nicht zu wenig. Ich habe ein Amulett mit plus 50 Kraft. Habe ich auch. Genau was ich brauchte. Aber danke. Hm. Ah, nö. Ich kann nichts mehr mitnehmen. Moment. Mal den hin. Dann machen wir so. Das ist die Frage. Wo gehen wir denn jetzt lang? Ja, ich weiß nicht. Geht's hier noch weiter in der Hölle? Äh. Ach, hier geht's nur wieder raus? Ja. Ja, ich habe keine Ahnung, ob wir oben oder unten lang müssen. Wahrscheinlich. Ich bin für oben. Da geht's weiter meinst du? Ja. Ich wollte aber dann unten noch eigentlich gucken drauf. Die glitzern so schön. Das sind ja die Glitzerfegen. Die kommen ja schon alle aus Twilight. Ja, genau. Komm, alleine. Ja, ist doch gut. Es ist doch gut. 1700 Schaden. 1700 Schaden. Ja, da ist der Bume dann auf die Fresse geflogen. Ich glaube, die hier stecken fest. Stecken sie. Das ist jetzt natürlich total ärgerlich. Keine Kraft. Und zwar total. Da kommt noch einer. Fromm, Fromm hinten. Auf ihn. Ich glaube, es hätte nichts gemacht, wenn wir unten lang gegangen wären. Wahrscheinlich. Aber hier gibt's noch ein paar Sachen bestimmt. Stock von Hitheglia. Hitheglia? Hitheglia? Hitheglia. Hä? Oh. Warum macht denn der immer schon? Hä? Was ist denn? Ich verstehe etwas nicht so ganz. Was denn? Nein. Also mein momentaner Stab macht 156 bis 193 Schaden. Ich habe einen gefunden. Der macht 120 bis 150. Der steht aber, der ist stärker. Oh, ich... Ach so. Ach, scheiße. Ne. Irgendwie machen alle mehr Schaden. Ich bin irgendwie richtig ausgewählt oder so. Ist ja ein Steckflayer. Buggy. Oh, komm. B-b-b-buggy. Buggy, 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 buggy. Los, versammelt euch, bevor ich einschneie. Na, Skull. Runter. Boah. Das wird ein langer Kampf. Fünf Minuten. Wir erreichen den Berg. Wenn es einen Eingang gibt, dann muss er hier in der Nähe sein. Lass uns sie alle töten. Hahahaha. Du hast deinen Freund in den Hauen, du bist deine Frotte. Der Koop-Aufschlag. The game. Boah, ich habe heute ziemlich leggy da spielen. Na. Na gut, einmal bist du auch schon rausgeflogen. Darf man ja nicht vergießen Hm, ne, weiß ich aber auch nicht, woran das liegt, hätte ich gehört Kann ich mir keinen rein drauf machen Vielleicht starte ich da einfach mal meinen PC gleich Machst du einfach mal so Ja, in der Aufnahme Bis dann, harter Bursche, ey Weißt du, der Gegner ist schon tot und du schreist erstmal rum hier Oh, Shop Hätte ich jetzt gar nicht gesehen, ich dachte, das wäre irgendein Ja, ich weiß, die Zwerge haben mir nicht so gute Augen, deswegen sag ich es dir nochmal Danke Tete Oh Äh, was will ich denn davon behalten, das weiß ich auch nicht, das kann weg Äh, ich behalte das Das kann weg Das Ah, jetzt ist die Anzeige auch wieder korrekt Strange sag ich dir, Strange Passiert Da hat bestimmt Da hat er bestimmt auch seine Finger im Spiel gehabt Bestimmt Und wenn nicht War es Hans Günther Ja Der war es bestimmt auch Stecken doch unter einer Decke die beiden Bursche Was machen die denn da? Na, das will ich ja nicht so genau wissen Nicht? Ne Sicher? Ja Überleg nochmal, mein Lieber Oh, ich habe einen Runenstein 1.5 Mal Schaden Versus Orcs Versus Orcs Hm, steht also Ja, ich habe nun leider keine Waffen, die Slots haben Tja, das ist doof Kommen Sie, Herr Zwerg Kommen Sie Dann komm doch Ja, Moment, ich habe noch einen geilen Knüppel gefunden Was ist denn ein geiler Knüppel? Der macht 80 Crit-Schaden Ach, ist das schön Wir müssen einen Weg durch dieses Tor finden Ja, das haben wir jetzt auch schon besucht Ich glaube, da kommt gleich was da durch Wo? Ich habe es ja gesagt Boah, der hat eine geile Mütze auf Hat der ihn gerade den Vieh genannt? Weiß ich nicht, bei mir hat er gerade gesagt Du bist für mich ein Gegner Los, viele Bro, machen ihn kaputt Spüre den Form der Elders Genau, spüre den mal Ich glaube, der ist tot Egal, wir haben trotzdem ein bisschen weiter drauf Warum hat der da eigentlich so viele Pfeile drin? So viele hat der da gar nicht Sehr strange Noch ein Toll Ha, das ist eine trollige Angelegenheit hier Sehr trollig, hast du recht Ach, diese Trolls Der hat doch Das sind Achim und Friederike Ich bin gerade aus dem Urlaub wiedergekommen Okay, ich nehme Achim Und Friederike scheinbar auch Boah, die halten aber ganz schön was aus Ich glaube, die Eiskruste Die hält ein bisschen die Schläge ab Das ist Alter Heiter mit Alter, meinst du? Ja Oh Bin aber auch ich gerade so blöd zum Ausweichen Genau, schmeiß auf du mit deinen Der hat es nicht anders verdient Wusste er überhaupt schon wieder Liegt dir nur auf dem Boden, der Typ Nur auf dem Boden liegt er Die ganze Zeit Oh, brutaler Treffer, ey Brutal Oh, immer nur nicht gut Irgendwas scheint nicht zu stimmen Irgendwas scheint nicht zu stimmen Es ist auch bei ihm angekommen Ja, er weiß doch, er braucht immer ein bisschen länger Ach, der Dune, dein Dad ist mir schon einer Elbensteine, oh, Elbensteine, Schocks Ja, bestimmt den Dune sein mit Ärgern und dem Spiegel vors Gesicht halten Ich sehe Gegner Ich leck mich gegen Ich muss echt mal neu starten Erstmal neu starten Erstmal neu starten Ich weiß gar nicht, wer hat der Ach, der hat nach dem Kampf bestimmt gespeichert, ne? Aber keine Ahnung Ansonsten gehen wir hier einfach durch Gehen wir einfach durch, sagst du? Ja, ich müsste echt mal Müsste erst mal neu starten Oh, jetzt nicht Da vorn, noch eine Meute Orks Bo Seht, da ist eine Tür Hier war ein schweres Gefecht Die Spuren sind schwer zu erkennen Aber es scheint, dass der Kampf im Berg weiterging Das schmerzt mich Die fressen Zwerg Jetzt hat er, glaube ich, gespeichert Dann können wir Das kann ich gut gebrauchen Kurz mal Ja, weil bei mir leckt Nämlich hier gerade alles Bei dir leckt gerade alles Na dann Ich sag mal, bis gleich oder zur nächsten Folge Haut rein Tschüss So, hallo Willkommen zurück Das muss reichen Okay Mehr gibt's jetzt nicht Okay Aua Was ist denn eigentlich mit deinem Kuchen? Wolltest du nicht noch Kuchen essen? Nee Achso, hast du gesagt Nee, heute kein Kuchen Äh, die gleich Gleich Gibt es kein Gleich mehr für mich? Nee Es gibt vielleicht später Oder nachher Oder so Aber Kein Gleich Na ja, also Hier, ne Hätte ich ja jetzt durchaus sagen können Nee Mit dir nehme ich nicht mehr auf Nee, jetzt nehme ich nicht Die Option bleibt dir nämlich gar nicht Doch Doch Die bleibt mir nach wie vor, mein Lieber Nee So Wie soll man denn da hochkommen? So Einfach töten Wenn der Zwerg mal irgendwo hinschlägt, wo er nichts sieht Dann Das leckt bei ihm Angeblich Angeblich? Ja, ich weiß es doch nicht Vielleicht ist es auch einfach nur Hast du wieder gesoffen, ey Vielleicht bist du es ja auch, der leckt Ja, aber bei mir leckt ja nichts Deshalb, ja Achso Das hat keinen Sinn ergeben, aber Ja, ja, ja Doch Nein I know what you mean You know what I mean? Oh yeah That's good Legen auch die Zwischensequenzen? Nee, die nicht Ja, immerhin Jemand war vor uns hier Es gab hier vor sehr kurzer Zeit einen Kampf Diese Leichen Es sind Zwerge Boah Dieser hier lebt noch Schwerer kommt Komm her, du Abschau Bring es zu Ende Ihr Ihr seid keine Orks Oh, das hast du gut erkannt Warum seid ihr hier? Was hattet ihr vor? Wir suchen eine Waffe Wir müssen sie finden Einsetzen Die Orks aufhalten Was ist das für eine Waffe? Wo ist sie zu finden? Zwergenwaffe In den Felsen Nordrhi hat Schlüssel Findet sie Hilft ihnen Bitte Rettet Nordrhi Er ist weg Wo sind deine Freunde? Wir sind weitergegangen Weiß nicht Weiß nicht wo Jetzt Findet sie Sie brauchen Hilfe Wir suchen einen Mann namens Agandar Ist er hier? Agandar Er Er Nordinbad Er 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 kann uns nicht mehr helfen Er ist tot Aber in dieser Festung könnten noch mehr von seiner Art sein Hat er doch gerade gesagt Sie suchen eine besondere Art von Waffe Kommt, lasst uns nach ihnen suchen Vor allem noch mehr seiner Art Man könnte sie quasi auch Zwerge nennen Ja, aber wir haben ja schon öfter festgestellt, dass du sehr abwehrend sein kannst Ne, hab ich doch gar nicht gesagt, dass du da hier äh Dingsbums gesagt Ja, für die wenig Für die wenig gebildeten unter uns Zwerg Das hier ist die Sequenz aber auch, oder? Naja Das war's Lasst uns schnell weiter Sie ergötzen sich daran, die Werke anderer zu verunstalten und sie zu ihren eigenen elenden Zwecken zu verwenden Und da war wieder Gold Ich war so irritiert, weil er nicht gesagt hat, da ist Gold Oh, warte mal Ich hab so einen Level gemacht Ist noch ein Level gemacht Ach, diese Orks sind wie Machen. Man, 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 man. Spüre den Zorn der Älder. Genau. Genau so sieht's aus, mein Freund. Sehr gut. Ah, jetzt hat er wieder Gold gefunden. Wann ist der Gegner? Ja, zwei so einen kleinen Popelfritzen. Popelfritzen. Los. Kommt ja auch her. Oh, die sehen ein wenig gefährlicher aus als die anderen. Ach. Wo? Das ist dann Quark. Kartoffelquark mit Käsebrei. Hex, Hex. Geht, Brot. Nicht ein gutes Brot. Wie je nervt. Hottocker. Hottoock. Aua. Ich wurde ungeboxt. Ich kann das noch nicht helfen. Zwerg braucht Heilung. Zwerg braucht Heilung. Zwerg braucht Heilung. Das muss warten. Das sind die Battle-Elfe hier an den Start, ey. Alles kaputt. Wir müssen einen Weg durch dieses Tor finden. Ach, du schon wieder mit deinem Tor und deinem Weg. Hier ist noch was. Da müssen wir durch wahrscheinlich. Nehme ich mal an. Dann kam die Idee, wir müssen einen Weg durch dieses Tor finden. Hast du so einen Einfall gehabt? Ich weiß nicht, wie ich drauf gekommen bin.